Was ist die Folgevideo zur 2019er Abschlussprüfung Römisch 2, Aufgabe 2? Die 2.1 haben wir, das war die Grafik und jetzt kommt eben die Aufgabe 2.2. Schauen wir uns an, was passieren soll. Wir haben ja diesen Staubsauger Ecofee, der einen Verlust produziert hat im vergangenen Quartal. Und die Unternehmensleitung strebt eine Absatzsteigerung und Deckung aller anfallenden Kosten im kommenden Quartal an. Und zwei Vorschläge sollen jetzt nicht diskutiert, sondern wirklich berechnet werden. Senkung des bisherigen Verkaufspreises um 25 Euro pro Stück oder eine produktbezogene Werbekampagne, das ist Vorschlag 2, die je Quartalkosten in Höhe von 12.500 Euro verursacht. Und jetzt sollen wir für die Unternehmensleitung eine rechnerisch begründete Empfehlung abgeben, welcher dieser beiden Vorschläge der besser geeignete ist. Und ich habe schon mal für die Variante 1 die Werte eingefügt, denn es ändern sich ja ein paar Sachen. Wir hatten ursprünglich ja einen Verkaufspreis von 150 Euro und jetzt sollte er um 25 Euro gesenkt werden. Und ich habe es mal reingeschrieben, deshalb auch nicht fettgedruckt, weil dieser Wert war nicht gegeben. Die fettgedruckten, Sie kennen das, sind immer schon gegeben in der Aufgabe. Deswegen sind wir jetzt bei 125 Euro hier in diesem Fall an Verkaufspreis pro Stück. Wir haben variable Kosten von 87,50 Euro. Daran ändert sich nichts. Die kriegen Sie ja hier in der Aufgabe. Steht hier oben. Und wir wissen noch was. Wir wollen jetzt alle Kosten decken. Hier steht es, angestrebt ist von der Unternehmensleitung eine Deckung aller anfallenden Kosten. Und wenn wir alle anfallenden Kosten decken, dann haben wir ein Betriebsergebnis von 0. Denn alle Kosten sind gedeckt. Es entsteht auch kein Gewinn. Aber wir kommen eben 0 auf 0 raus. Fixe Kosten haben wir 75.000 Euro. Das ist eben auch in der Aufgabe gegeben. Und jetzt haben wir eigentlich alle Werte, um eine Rechnung zu starten. Wir gucken uns mal an, welche das ist. Wir würden jetzt einen Deckungsbeitrag von 37,50 Euro in dieser ersten Variante pro Stück haben. 37,50 Euro. Der ist ein bisschen geringer, weil wir ja den Verkaufspreis eben auch verringert haben. Unsere Fixkosten sind aber gleich. Das würde ja bedeuten, wenn wir 0 Euro als Betriebsergebnis wollen, 75.000 Euro Kosten haben, dann muss doch der Deckungsbeitrag mindestens 75.000 Euro sein, den das Produkt erzeugt. Und jetzt wissen wir, 37,50 Euro haben wir pro Stück, bleibt hängen. 75.000 Euro müssen gedeckt werden. Und dann rechnen wir jetzt damit ja eigentlich nichts anderes als den Break-Even-Point. Denn eine Kostendeckung ist der Break-Even-Point. Also wenn Ihnen da eine andere Berechnungsmethode besser vorkommt, ich fand es jetzt hier so ganz anschaulich, dann wissen wir, in dieser Variante 1 haben wir den Break-Even-Point oder diese Kostendeckung bei 2.000 Stück. Und jetzt müssen wir das einfach mit der Variante 2 vergleichen und sehen, ob das die bessere Version ist. Bei Variante 2 haben wir diese Werbekampagne von 12.500 Euro, aber dafür haben wir keine Senkung des Verkaufspreises. Deswegen bleibt es hier bei den 150 Euro. Die Variablenkosten sind ja unangetastet, daran hat sich nichts getan. Aber jetzt müssen Sie sehen, wir wollen immer noch die Kostendeckung, also Betriebsergebnis 0. Aber jetzt haben wir diese Werbekampagne, die immer und immer wieder kommt. Und die steht ja da, die verursacht je Quartal Kosten. Also das heißt, die haben wir dann in jedem Quartal. Und dadurch steigen ja unsere Fixkosten. Nichts anderes ist es ja, wenn wir fix diese Werbekampagne machen, also immer und immer wieder. 75.000 Euro, Entschuldigung, 75.000 Euro hatten wir vorher an Fixkosten. Jetzt kommen diese 12.500 Euro dazu. Und dann haben wir eben Fixkosten, deswegen auch wieder nicht fett gedruckt, weil sie ja neu errechnet worden sind von 87.500. Sie sehen, bei der Variante 2 steigen jetzt eben die Fixkosten, aber der Deckungsbeitrag wird höher sein. Der Deckungsbeitrag ist ja 62,50 Euro. Wir müssen damit 87.500 Euro fixe Kosten decken. Und dann sehen Sie, das würde jetzt bei 1.400 Stück geschehen. Und damit wird es ja recht eindeutig. In der Variante 2 erreichen wir diese Kostendeckung, diesen Break-Even-Point viel, viel schneller, als wir das bei Variante 1 machen. Und deswegen ist ja auch klar, wie die Antwort lauten muss. Ich habe eine potenzielle Bepunktung der Aufgabe auch dabei. Einmal natürlich hier auf die Stückzahl in Variante 1. Dann nochmal eine Bewertungseinheit Stückzahl Variante 2. Man könnte hier auf die 87.500 noch eine Bewertungseinheit vergeben und dann auf die Entscheidung. Unternehmensleitung sollte sich für Vorschlag 2 entscheiden. Und hier gibt es dann eben auch eine Bewertungseinheit. Und vielfach werden dann diese Bewertungseinheiten auch vergeben, wenn hier einfach eine Markierung erfolgt. Also das heißt, in der Aufgabe markiert wird, welche Variante die bessere ist, ohne dass so ein Antwortsatz ist. Aber die ganz sichere Version, mit der Sie immer gut fahren und sicher fahren, ist, wenn man da einen kurzen Antwortsatz nochmal dazu schreibt. Und das ganz deutlich macht.